Was ist die Handelsordnung für die neue Handelsordnung? Was ist die Strukturen im Wesentlichen in den historischen Dorfzentren, in den historischen Städtezentren gewachsen ist und wirklich eine Einzigartigkeit darstellt, insgesamt im Vergleich des gesamten Alpenbogens. Man braucht nur an eine Straße zwischen, oder die Hauptstraße zwischen Vicenza und Padova denken, wo eine große Struktur nach den anderen, ein Handelszentrum nach den anderen aufgetan hat. Wirklich die säumende Straße, das haben wir in Südtirol verhindert. Wir möchten die Liberalisierung in den historischen Zentren weiter ermöglichen und zulassen, dass es sich wirklich Möglichkeiten gibt, an den Markt anzupassen, an die Bedürfnisse auch der Kundinnen und Kunden anzupassen und somit, dass richtig natürliche Einkaufszentren in den historischen Zentren entstehen können. Was wir nicht wollen, ist die Liberalisierung in den Gewerbegebieten. Dort soll bleiben, was ist, aber keine Liberalisierung. Und hier werden wir natürlich mit Monti so lange verhandeln und mit den zuständigen Ministerien im Garanten verhandeln, dass wir auf jeden Fall dort die Liberalisierung verhindern können. Und das Endziel wäre, dass die Regierung den Rekurs, die Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof zurückzieht. Die Strategie der Landesregierung in diesen Verhandlungen sieht zwei Stoßrichtungen vor. Zum einen bocht man darauf, dass das Land für die Raumordnung primär zuständig sei. Zum anderen setzt man auf Südtirols Besonderheiten. In Rom war es wichtig zu erklären, dass wir die erste Provinz waren, die die Liberalisierung zur Gänze umgesetzt hat. Alle anderen Regionen in Italien sind noch nicht so weit. Wir haben sie aber dort umgesetzt, wo wir glauben, dass sie sinnvoll ist. Nämlich in Wohngebieten. Dort gibt es keine Lizenzen mehr, keine Beschränkungen, nichts mehr. Das heißt, es kann einfach Handel betrieben werden. Aber wir wissen, dass wir ein besonderes Territorium sind. Wir haben nur 2% urbanisierte Fläche und insgesamt 60% über 1600 Höhenmeter. Und das heißt, bei uns müssen andere Regeln gelten. Und in der Tat sind wir nicht vergleichbar mit dem Veneto. Und aufgrund der primären Zuständigkeit für die Urbanistik kann man auch sagen, dass in Südtirol bisher große Fehler im Handel auch vermieden wurden. Wir haben nicht die Situation wie in Frankreich, wo der Handel sich nur mehr außerhalb der Städte abspielt und in den Orten nur mehr Souvenirshops sind. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir das auch beibehalten. Und dafür gibt es ein gutes juristisches Argument, das die EU uns liefert. Die EU sagt, für die Urbanistik ist die Provinz zuständig und nicht der Staat. Und es wird dort auch klar festgehalten, was eigentlich Liberalisierung ist. Und an das haben wir uns gehalten. Liberalisierung würde bedeuten Angebotsprogrammierung. Aber Angebotsprogrammierung hat nichts zu tun mit urbanistischer Programmierung. Und deswegen ist es für uns sicher so, dass unser Gesetzentwurf halten würde, vielleicht auch vor dem Verfassungsgerichtshof, aber sicher vor dem Europäischen Gerichtshof. Wir versuchen jetzt natürlich mit Rom zu verhandeln, damit Rom den Rekurs zurückzieht. Aber im schlimmsten Fall glauben wir, dass wir auch Recht kriegen würden im Falle eines Gerichtsurteils. Bei dem Treffen hat man allerdings auch Verständnis für die eigene Argumentation bei den zuständigen Ministeriumsbeamten geerntet. Das nächste Treffen findet in drei Wochen statt.